Dieser Ford S Max steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem silbernen 5 Thüringen Bind Platz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe, und vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 140 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.